Herzlich willkommen zu einem neuen Schulungsvideo für unsere Software Profim Plus. Heute schauen wir uns ganz speziell die Mehrplatz- oder Serverinstallation an. Aus dem ersten Teil kennen Sie bereits die Unterschiede zwischen der lokalen Installation und der Serverinstallation für einen Mehrplatzbetrieb. Jetzt schauen wir uns die Mehrplatzinstallation Schritt für Schritt an. Ich werde jedoch nicht mehr auf jede Einzelheit eingehen. Sollten Sie hier noch etwas unsicher sein, schauen Sie sich bitte das Installationsvideo Teil 1 an. Viel Spaß beim Video. Vor Beginn der Installation sollten Sie auf jeden Fall sicherstellen, dass Sie über die notwendigen Rechte zur Installation verfügen. In der Regel sollten Sie also Administratorrechte haben. Ansonsten unterscheidet sich die Mehrplatzinstallation erst einmal wenig von der lokalen Installation. Sie starten dieselbe Installationsdatei, also SetupExe oder DemoSetupExe und klicken im folgenden Fenster auf Weiter. Auch bei den Programmkomponenten gibt es keinen Unterschied. Auch hier gilt die Empfehlung, besser alles aktiviert lassen, so fehlt nachher nichts Wichtiges. Also auch hier, klick auf Weiter. Das Zielverzeichnis ist beliebig. Bei Serverinstallationen kommt es häufiger vor, dass Programme nicht auf Laufwerk C, sondern zum Beispiel auf Laufwerk D installiert werden sollen. Hierbei gibt es keinerlei Probleme, es kann einfach umgestellt werden. Wichtig zu wissen, dieses Verzeichnis wird nachher im Netzwerk mit Schreibrechten freigegeben. Mit Klick auf Installieren startet die Programminstallation. Nach den ersten Sekunden startet nun die Postgres-Installation, sofern die Datenbank nicht bereits installiert ist. Hier unterscheidet sich nun die Mehrplatzinstallation ein wenig, denn hier sollten Sie den Haken bei Mit Standardwerten installieren entfernen. Für das Zielverzeichnis gilt dasselbe wie für Profien. Der Ort ist beliebig wählbar. Da in diesem Verzeichnis später die Daten liegen, wird es bei manchen Serverinstallationen auf ein anderes Laufwerk gelegt als Profien. Auch das ist kein Problem. Sie sollten allerdings hier schon wissen, eine einfache Datensicherung durch Kopie oder Spiegelung des Verzeichnisses ist bei Postgres nicht wirklich möglich. Die Entscheidung der Datensicherung muss also bei der Wahl des Verzeichnisses keine Rolle spielen. Tragen Sie bitte im Feld Domain-Name Ihre Domain ein. Bei der Postgres-Installation wird ein Benutzer angelegt und dafür muss die passende Domain bekannt sein. Sollte es hier Schwierigkeiten geben, versuchen Sie es einmal mit der Erweiterung .local. Also bei der Domain Finception schreiben Sie dann finception.local. Der Benutzername kann in aller Regel so behalten werden, sofern es dieses Benutzerkonto noch nicht gibt. Auch das Passwort können Sie beibehalten, sofern Sie keine besondere Passwortregel haben. Sicherheitshalber können Sie hier aber auch selbst ein Passwort eintragen, welches Ihrer Passwortregel entspricht, also Passwortlänge, Anzahl, Sonderzeichen und so weiter. Der Haken Erweiterte Optionen wird nur benötigt, wenn bei der Installation Fehler auftreten. In diesem Fall kann man die Installation erneut starten und diesen Haken setzen. Es werden dann mehr Fehlermeldungen angezeigt, die dabei helfen, die Ursache des Problems zu finden. Ansonsten sollte der Haken nicht gesetzt werden. Nach Klick auf OK wird nun die Installation der Datenbank gestartet. Warten wir also kurz ab, bis die Datenbank erfolgreich installiert ist. Die weiteren Schritte entsprechen wieder der Einzelplatzinstallation. Ich klicke sie also einfach entsprechend durch und wir warten, bis die Installation fertiggestellt wurde. Nach Abschluss der Installation müssen jetzt noch ein paar Einstellungen angepasst werden, damit auch PCs aus dem Netzwerk auf die Datenbank und das Programm zugreifen können. Als erstes geben wir das ProfimPlus-Verzeichnis im Netzwerk frei und erteilen den Nutzern, die es später öffnen sollen, mindestens Lese- und Schreibzugriff. Ich mache es mir für diese Beispielinstallation ganz einfach und erteile dem Benutzer jeder einfach Vollzugriff. Sollte es später Probleme beim Start geben, kann man dies auch immer tun, um fehlende Berechtigungen auszuschließen. Nun teilen wir der Datenbank noch mit, welche PCs, also um genau zu sein, welche IP-Adressen, auf die Datenbank zugreifen dürfen. Dies passiert in der pg-hba.conf, im Unterverzeichnis Data im Postgres-Ordner. Wir gehen also in den Explorer und öffnen die Conf-Datei im Editor. Am Ende stehen die Einträge, dass die lokale IPv4- und V6-Adresse auf den Server zugreifen darf. Dies ergänzen wir jetzt noch um alle weiteren IP-Adressen. Auch hier wieder der Tipp, wer es sich ganz einfach machen möchte, der gibt sogenannte Wildcard-Adressen ein, also eine Adresse, die für alle IP-Adressen gilt. Dadurch nutzt man zwar das Sicherheitsfeature von Postgres nicht, schließt jedoch echte Probleme aus. Ich entscheide mich wieder für die einfachere Variante, gebe hier aber noch einmal den Hinweis, dass Sie hier auch spezifische IP-Adressen einsetzen können. Danach speichern wir die Datei und starten den Dienst neu. Wir klicken dazu unten links auf das Windows-Symbol, tippen auf der Tastatur Dienste und drücken Enter. Anschließend suchen wir den Postgres-Dienst, markieren den Eintrag und wählen Neu starten. Als letztes sollten wir Profi noch mitteilen, dass die Datenbank auf einem zentralen Server liegt. Dazu gehen wir im Explorer ins Profi-Plus-Verzeichnis und öffnen hier die db-host-ini. Unter Host können wir nun den Servernamen oder die Server-IP-Adresse hinterlegen. Sollte bei der Installation auch ein anderer Postgres-Port eingestellt worden sein, kann auch der Port hier geändert werden. Jetzt noch speichern und fertig. Damit ist der Server fertig konfiguriert. Auf den Clients brauchen wir jetzt nur noch eine Verknüpfung auf die Profi-Plus-Exe. Der Lizenzschlüssel wird dann auf jedem einzelnen Client eingetragen. Dies waren alle notwendigen Schritte, um Profi erfolgreich im Netzwerk zu installieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.